Scheiße, Digga, der hätte ich einen Finisher machen können, ne? Die lucht die ganze Zeit, ey. Digga, das war seine Mission, Mann. Ich stehe vor ihm und schieße auf ihn und er legt sich hin auf ein offenes Dach. Nee, ne? Junge, fast doch gestorben, oder was? Scheiße, AK, Mann. Was ist das für eine Kackwaffe? AK, du bist scheiße. Fuck you. Da ist er, Digga. Guck mal, jetzt versteckt er sich. Jetzt versteckt er sich wieder. Digga, das sind die geilsten. Er bewegt sich kein Stück, oder was? So ein unfassbar dreckiger Mensch, ne? Geh mal duschen, du stinkst, Junge. Du stinkst! Leute, hocken in ihren Häusern, Alter. Als gäbe es keine anderen Toiletten, oder sowas, Alter. Alles fool. Die kacken da alles voll, weißt du? Bewegen sich einfach nicht. Er muss doch schon stinken bei denen, Mann. Was meinst du, warum der Typ eben so gestunken hat, Mann? Der kackt. Der kackt alles voll. Ich werde verfolgt. Hilfe. 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 Jag mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schoki. Tja, Digga. Mit solchen Star-Larm-Künsten, du, da hat er nicht gedacht. Da kommt er einfach nicht mit. Da kommt er einfach nicht mit, Digga. Tja, Kollege. Du musst da jetzt runter. Das ist hier hoffentlich bewusst. Der ist tot, oder was? Loll. Da war ein Schuss kassiert, ist tot. Mäp, mäp. Mäp, mäp. Ich glaube, das fand er kacke. Ich persönlich fand's schon ein bisschen geil. Er legt sich da, als... Digga, er sieht einen riesengroß rot leuchtenden LKW auf der Minimap und legt sich erstmal Openfield hin. Das war ein Könner. Ich weiß nicht, wie einige von euch den Scheiß, den ich hier quatsch, einfach ertragen können. Verstehe ich nicht. Kann ich einfach uns verrecken nicht verstehen, Digga. Wenn ich persönlich mir schon denke... Alter, was labere ich für eine Scheiße? Was müsst ihr denn bitte denken? Die kacken da alles voll, weißt du? Bewegen sich einfach nicht. Ohoho, ohohoh. Ohohoh. Wuhuu 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 Country roads Take me home Lol Er streamt halt niemand anders. Scheiße, Digga, das war ein Tiefschlag Das war ein Tiefschlag, Digga What? Nein! Und wieder Leute, der Selfress-Bug! Wuhuhuu Ich hatte Selfress, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst Ich hatte wieder Selfress Und er hat wieder nicht funktioniert Ich brauch den Scheiß gar nicht mehr kaufen, Digga Ich könnte kotzen Der Typ hatte halt ohne Scheiß Der hatte kein Leben mehr Der hatte ganz wenig Leben Nein! Ich wollte hinten landen, aber Digga, der hat sogar Platten gehabt, ne? Feindliches Team verfolgt deine Position Digga, hier liegt fetter Loot, Mann Aber jetzt muss ich halt trotzdem laufen, ne? Digga, wenn ich LKW fahren würde Dann würde ich doch jetzt komplett hier das Airfeed einfach mal überfahren, Digga Was macht er denn? Er sieht doch, dass ich hier Openfeed laufen muss Ja, vielleicht ist er einfach ein netter LKW, Mann Und deswegen niemals die AX50 spielen, ne? Die Waffe ist der größte Rotz Weil HDR ist dann doch schon ein bisschen wichtiger Weil HDR ist dann doch schon ein bisschen wichtiger Wie unfassbar scheiße diese M4 ist, ne? Holy shit, Mann Jetzt gibt es den Scheißsegment Jetzt gibt es den Scheißsegment Ja, ich hab näher zu dir Noch hüten Besser Feindliche Drohne über uns Ja Ja, ich hab das Ja, ich hab das Ja, ich hab das Das Gas breitet sich aus, Sicherheitszone wird verletzt. Da hat man halt irgendwo so einen scheiß Heli, Mann. Oh, shit. Ich will einen Cluster auf mich selbst rufen. Muss man sich halt mal reinziehen, ich will einen Cluster auf mich selbst. Ich will einen Cluster auf mich selbst rufen. Hinter mir, digga. Hinter mir. Es waren weniger als fünf noch auf den Beinen. Jungs Gas, digga. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht, muss ich sagen. Das hat er richtig gut gemacht. War schlau von ihm. Die Krankenkonsignale. Yeah. Die侏. Die twenty. Die. 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 Untertitelung des ZDF, 2020